hey leute was geht david von idesignish hier heute will ich euch in diesem video mal zwei sachen mit auf den weg geben quasi ein kleines feller video und zwar zum einen möchte ich euch meine facebook gruppe vorstellen habe ich mir gedacht okay ich gründe mir mal eine gruppe das heißt über allgemeinen motion graphic designer oder irgendwas was halt mit design zu tun hat sei es ob ihr jetzt aktiv designer seid oder einfach nur sehr interessiert seid könnt ihr gerne vorbeischauen der gruppe beitreten wenn ihr auf facebook seid und dort könnt ihr dann eure sachen promoten könnt ihr anfragen stellen hilfe bekommen oder einfach mit mir quatschen diskutieren über verschiedene sachen oder irgendwas was euch auf den herzen liegt könnt ihr euch der ganze mal austoben solange es halt beim designing bleibt deswegen ja schau mal bei der erste link in der beschreibung könnte beitreten momentan sind wir halt noch nicht so ganz viele deshalb ist es ein bisschen käse aber wenn wir dann halt mehr sind dann wird da mal auch ein bisschen mehr bewegung reinkommen und ich hoffe dass der eigentliche sinn und zweck dass man sich gegenseitig promotet wird damit natürlich etwas verstärkt so das zweite ding ist dass ich generell mir gedacht haben bzw ich hatte schon lange so eigentlich dass ihr wenn ihr selbst speed arts macht oder tutorials macht über designen dinge könnt ihr mir die gerne an meine e mail adresse idesignish.web.de schicken mit einem thumbnail am besten und ich werde die dann auf meinen kanal hochladen also so wie es ist das heißt macht eure intro vor und so weiter ich werde es dann hochladen und euch dann verlinken es wäre selbstverständlich gut wenn die musik nicht unbedingt urheberichtlich geschützt ist da ich keinen bock habe mir irgendwie einen strike anzufangen oder irgendeinen anderen käse deshalb achtet da bitte drauf das wäre sehr gut ansonsten könnt ihr mir alle schicken was ihr wollt und ich lad's dann hoch und verlinke euch wie gesagt und ich hoffe ich kann euch da ein bisschen weiterhelfen ansonsten würde ich sagen war's das und ja ich hoffe euch gefällt es und ihr schickt mir viele sachen und ich würde sagen haut rein und bis dann